Und da kommt auch Wand hin. So. Ja, haben wir es. Beende ich die Aufnahme jetzt endlich. So, komm mit Hundi. Wir gehen nach oben. Und das wird glaube ich ganz neckisch hier, wenn man hier so durchkommt. Huch. Wird glaube ich ganz cool, wenn man hier so durchkommt. Mist, stimmt. Ja, okay, nochmal so. Durch den Wald quasi und dann zum Lagerhäuschen. Ich glaube, das wird ganz schön. Das könnte mir gefallen tönen. Das ist quasi so ein kleiner, eigener Industrieabschnitt und hier ist eher so das Wohnviertel und so. Und wenn wir das hier dann noch so ein bisschen zurechtgestutzt haben. Ey, was machst du auf dem Dach? Ja, wollte gerade sagen, runter da mit dir. So. Wenn wir das hier, hier können wir natürlich dann auch noch irgendein Haus hinbauen. Was immer das für ein Haus sein wird. Ich habe keine Ahnung. Das können wir hier auch schön hinklatschen. Und, äh, buh. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung, was für ein Haus das sein wird. So. Auf jeden Fall muss der Berg hier noch ein bisschen rücken. Vielleicht, was, keine Ahnung, eine Bäckerei oder sowas. Machen wir einfach so eine kleine Bäckerei nebendran. Neben einer Mühle. Das bietet sich ja an. Eine Bäckerei. Mit vielleicht auch so einem kleinen, äh, Straßencafé. Also, dass man hier dann so ein bisschen Gravel auslegt. Und dann kann man, keine Ahnung, sich hinsetzen oder so. Und was essen und trinken. So. Das haben wir schnell noch weg. So, bis dahin. So. Das können wir lassen. Da trauen wir weg hier noch. Na, Hundi. Gefällt's dir hier? Schön geworden, oder? Wir kommen ziemlich schnell voran, habe ich so einen Eindruck. Das war früher nicht so. Also, ganz am Anfang, in den Minecraft-Anfängen, war das nicht so. Also, ich glaube, da hat man ein bisschen länger gebraucht, um in den, äh, wir sind ja hier im Survival-Modus, ne, wir müssen uns alles selbst abbauen und so. Aber das ist ja schon allein Kohle. Wenn du heute Kohle abbaust, das ist ja Wahnsinn, wie viel Kohle du da kriegst. Huff. Das ist ja schon verrückt, wie viel Kohle man da kriegt, wenn man da ein bisschen abbaut. So. Aber das Begradigen muss natürlich immer sein, dass man gescheit bauen kann. So. Haben wir mal hier schnell noch das Loch zu. So. Oh, ich weiß, ich wollte die Aufnahme beenden, aber es macht ja auch süchtig. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich eine Sucht. Eigentlich müsste ich mal hier in die Therapie oder sowas. Hundi, weg da, da will ich gerade abgraben. Weg da, Hundi. Verschwinde. Jetzt haben wir keine Schaufeln mehr. So, jetzt haben wir auch auf. Ach nee, wir können ja schnell noch hier, das hauen wir schnell noch raus. Hammer, gleich haben wir es, gleich haben wir es. So. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme oben auf unserem Berg. Gucken wir das Ganze nochmal von oben an. So. Haben wir es. Haben wir es. Ach nee, den Hundi, gut Hundi, komm mal mit. Setz dich mal hier so hin. Und dann gehen wir mal da hoch. Dann können wir nämlich in beide Richtungen gucken. Wenn wir nicht auf den Berg gehen, können wir nämlich, ich glaube, das Lagerhaus nicht betrachten. So, gucken wir mal, ob wir da hochgehen. Kommen. Irgendwie. Vielleicht sollten wir den Wasserstrom nach oben schwimmen. Ach, den müssen wir auch wieder aufmachen. Guck mal. So. So. Komm, wir schwimmen mal den Wasserstrom nach oben. Ah, da, da. Ich muss gegen die Strömung. Äh. So. Hoch. Öp. 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 So. Ach, wie hoch geht denn das? Hab ich das so weit oben angesetzt? Weiß ich gar nicht mehr. So. Ja, wird doch. Da müssen auf jeden Fall, da müssen noch die Halbslabs drauf. Genau. Dat wird doch schön, wird dat. Schön. Der Blume Erdabbau. Oh, hier oben zieht's aber ganz schön gewaltig. Öp. 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 Zack. Zack. Juhu. Spät der König der Welt. Ja, so sieht unsere Welt von oben aus. Toll. Ja, hier bauen wir dann, wie gesagt, da können wir wirklich so ein kleines... Da bauen wir hier so eine Hütte hin. So eine Bäckerei oder sowas. Ja, schön. Hier führt dann schon der Weg durch. Ey, Wahnsinn, wie ist das jetzt so... Ging jetzt echt schnell, muss ich sagen. Also wir sind jetzt bei Folge, ich glaub Folge... Ah, 82 oder so. Also jetzt mittlerweile, wenn du das jetzt siehst, sind wir wahrscheinlich schon bei Folge 90. Ungefähr. Aber trotzdem hat sich ja schon ganz schön was gemacht jetzt hier, ne? Da muss auf jeden Fall noch ein schönes Dach drauf. Dann geht hier so der Weg entlang. Der geht dann hier so durch. Hier geht noch ein Weg hoch. Da so. Und hier wird auch noch ein Weg entlang gehen. Zur Monsterfalle oder was auch immer da hinkommt. Und dann wird sich noch ein Weg hier hinten durchschlängeln. Und da hinten werde ich eine Windmühle hinbauen. Eine Windmühle und hinten raus so eine Erntemaschine. Zwar nicht so groß, wie der Konkti jetzt macht, aber schon auch. Aber nicht so groß. So, das ist ja Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie der das, wie das bei dem alles dann aussieht am Ende. Ich frag mich ja immer noch wieder die Zuf... Also, er hat ja verschiedene Felder. Und bei den Feldern ist das ja so, Wasser fließt ja immer nur acht Blöcke weit. Das heißt, alle sieben Blöcke muss ja dieser Wasserabfluss eins runtergehen. Und jetzt, äh, frag ich mich wieder diese, diese, ähm, Zuflüsse, die alles einsammeln. Von allen Feldern alles einsammeln und zum Haus hin tragen. Die hat er ja auf eine Ebene gemacht. Da frag ich mich, wie er das hinkriegen will, dass, äh, da das Wasser komplett durchfließt. Bin ich, mein, gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so verstanden hat, was war, was ich gerade meine. Aber, äh, ich bin wirklich gespannt. So. Gut. Dann sag ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns an der nächsten Aufnahme. Viel Spaß. Und, äh, bis gleich. Oder bis morgen. Oder so. Tschüssi. Hallo, meine Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin hier gerade in der Aufnahme, die ich dann dazu verwenden werde, um euch zu zeigen, wie ich meine Let's Plays so mache. Ähm, und, äh, das seht ihr ja dann. Das, äh, das lade ich dann auch dann irgendwann hoch. Und dann könnt ihr gucken, wie der Christ denn so seine Let's Plays macht. So. Äh, das wollte ich jetzt nur mal vorab sagen. Äh, wie weit waren wir denn hier? Verdammt. Äh, ja. Da unten müssen wir auf jeden Fall noch was drauf machen. Das sieht ja nicht schön aus. Da müssen wir auch noch was drauf machen. Und hier muss noch ziemlich viel drauf gemacht werden. So. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch noch was vor. Und zwar möchte ich... Übersteuere ich? Uh! Äh, ne, ich glaube, ist okay. Ähm, und zwar möchte ich hier, ähm, diesen, diesen Berg ein bisschen abtragen. Also, dann möchte ich hier so ein bisschen, dass ich hier eine Ebene habe. Das mache ich aber natürlich jetzt nicht in der Aufnahme. Weil ich glaube, das wäre ultra-mega-langweilig. Aber was ich natürlich machen werde, ist, äh, so eine kleine Speed-Folge. Da nehme ich das einfach mal zehn Minuten auf, wie ich hier den Berg wegkloppe. Und, äh, mache das dann einen Zeitraffer. So. Das nur vorweg, weil ich habe hier noch was vor. Und auch, das seht ihr ja dann. Gut. Ähm, jetzt, äh, würde ich sagen, das haben wir dann alle so dabei. Äh, ich, pff, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Äh, nicht sterben, bitte. Das mit dem Shadern habe ich immer noch nicht so richtig hingekriegt. Leider. Ähm, wir schwimmen mal. So, womit. Das habe ich leider immer noch nicht richtig hingekriegt. Äh, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach. Selbst der Herr Kronk hat da noch Probleme. Und, äh, was ich dann auch noch auf jeden Fall machen werde, ist, äh, das hier mal. Moment. So. Weil. Ich habe nämlich Angst, dass mir dann da die Monster irgendwann nachts reinfallen. Scheiße, ich habe kein Holz dabei. Aber wir können das ja so machen, dass wir, äh, den Aufstieg einfach hierhin machen. So. Oh, ich muss mich nochmal kurz räuspern, einen Augenblick. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. So. Äh, na, das langt ja wohl nicht. Wir brauchen noch mehr Leitern. La, 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 la. So. La, 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 la. So, dann gehen wir hier hoch. Äh, hopp, äh, so. Und dann machen wir das Loch dann mal dazu. Dann können nämlich hier auch keine Monstreten reinkommen. Gut. Ähm. Ja, genau. Was wollten wir denn tun? Ich wollte jetzt erstmal da das Koppeldach da ein bisschen ausbessern. Das machen wir mal so und so und, äh, so. Können wir erstmal langen. So, und dann, ähm, springen wir heute wieder ein bisschen, dass es nicht so langweilig ist. Wir werden am, wir werden am Lagerhaus das Dach anfangen. Ähm. Werden aber dann auch mal in eine Höhle reingehen oder so. Und, äh, bla bla und plupp machen vielleicht. So, Moment. Äh. So. So. So, und dann da so, und dann da so, 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 und da so, so. Und hier machen wir das. Ach, verdammt. So. Oh, nein, der fällt da runter. Wir müssen eh gleich runtergehen. Und das langt genau. Gut. Oh, da ist ein Hühnchen. So, Moment mal, das machen wir weg. So. Und dann würde ich hier auch gern noch, das, hab ich ne Schaufel? Nee, hab ich natürlich nicht. Scheiße. Äh, hier müssen wir dann auf jeden Fall noch so Läden dran machen. Aber so sieht's nun besser aus. Und ich würde dann auch diese eine Reihe hier hinten auch noch dran machen. So. Nun gut. Da sitzt unser Hundi. Ähm. Jetzt haben wir das erstmal gemacht. Das sieht jetzt gar nicht so arg übel aus, finde ich, oder? Was meint ihr denn? Ich finde, das kann man so lassen. Da werden wir dann auch irgendwann dann noch, äh, diese Pistons reinmachen. Vielleicht immer so zwischendurch mal. Dass ich dann hier eben diesen Wasserstrom, äh, auch unterbrechen kann. Dass man quasi diese Mühle abstellen kann. Ne? Weil ich finde, das hat auch was, wenn die dann manchmal einfach so da steht. Kann auch ganz cool rüberkommen. So. Ähm. Und jetzt werden wir erstmal ins Bauernhäuschen reingehen. Na, Hundi, bleib mal hier draußen sitzen. Bewach uns ein bisschen. Wieso? Was? Was? Ich verstehe das nicht. Warum sind denn da schon wieder Schafe draußen? Äh, ich bin total irre hier drin, ne? Wieso rennen denn hier Schafe draußen rum? Hallo? Was soll denn das? Also, die Zäune sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hä? Hä? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommen denn immer diese Kühe und Schafe? Die sind immer hier draußen irgendwie. Verdammt. Da hab ich dann wieder das Tor aufgeladen. Ne, Tor ist zu. Also, ich glaub, die Zäune sind auch nicht mehr so fit. Oh, ich hab Frösche wieder im Hals. Die drücken sich hier immer gegenseitig raus, die Schafe. Das ist aber scheiße. Mann, das möcht ich nicht. Naja, egal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier rein. Äh. Gehen wir mal da rein. So. Da haben wir ja schon Wolle. Legen wir mal ab. Das klopfen wir jetzt auch einfach mal hier rein. Das auch, das auch, das auch, das auch. Das nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. So, es wird sowieso nachts draußen. Äh, dann machen wir uns schnell ne Schaufel. Guck mal, das sind, wieso bleiben die denn immer da drinnen? Also, irgendwie hab ich voll die Bugs gerade. Weil normalerweise darf das doch nicht in einem Crafting Table drin bleiben, die sechs Dickies, oder? Also, sowas hab ich ja noch nie gesehen, dass die da drinnen bleiben. So, nehmen wir uns mal zwei Schaufel mit. Und jetzt ist er leer. Ah ja, okay. Naja, egal. Dann gehen wir mal schnell in die Haya Popaya. Einen Augenblick. Und dann werden wir... Dann werden wir frisch ans Werk gehen. Wir müssten dann auch mal unsere Felder hier, ähm, kaputt rein, also quasi, ähm, abernten und so. Aber jetzt will ich erst mal das Lagerhaus fertig kriegen, dass ich die ganze Scheiße auch irgendwo rein klatschen kann. So. So, da, 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 die Musik ist noch ein bisschen laut, die dreh ich mir mal zumindest jetzt auf meinem Ohr ein bisschen runter, dann kann ich leiser reden. So. Äh, hier, Gerd Linde, wie geht's dir? So, wir brauchen auf jeden Fall, hier haben wir ja noch Stein, das nehmen wir mal mit, wir brauchen jetzt ganz viel davon. Denn wir müssen diese Stufen hier machen, das nehmen wir auch mal mit. So. Davon nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. So. Gut, dann gehen wir mal, äh, ans Lagerhaus und versuchen, das Dach mal anzufangen.